Hallo Kumpels und Kumpel Lederisches und Freunde und Freunde Lederisches. Ich, 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 guck, es ist nicht so, dass meine Frau Lederchen mir das Ding da aufgezogen hat. Nein, das habe ich mir von der Hage geholt und das habe ich gewollt auf die Koppern, weil ich gehe jetzt raus in die Sonne und die soll heute auch wieder ganz gar fürchterlich heiß gehen, so 60 bis 80 Grad oder so. Ja, ich weiß, meine Frau Linderchen sagt immer, ich gehe zu fürchterlich übertreiben, es wäre also über 30 Grad eventuell angesagt. Aber ist egal, wenn die Sonne Oberonapplausen tut und da gibt es einen heißen Kopf, also habe ich mir jetzt gedenkt, ziehe ich die Kapp an. Jawohl, ja, das ist mein Herrscher sein Kapp, ja, der heiter Kopf, aber das ist mir egal, ne? So, und dann lasse ich mir die Ventilatoren noch auf die, auf die Terraschstelle, ne? Ja, und dann suche ich mir ein kühles Plätzchen und mache meine Kühlkisse drunter und dann lege ich mich da hin und dann ist der da zu ertragen. Englisch. Wenn das nicht geht und dann mache ich die Kühlkisse wieder weg, Ventilator weg und dann gehe ich ins Haus, ziehe die Kapp wieder aus und dann mache ich Siesta im Haus, ja, ja, man soll mir die vertreiben, weil draußen ist es ganz fürchterlich heiß, ja. Ma, 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 ich mache das so wie die Südländer, weißt du, so wie die Portugalise und die spanische, italienische und so und die griechische und was weiß ich, ja, die machen das richtig, die machen immer nur Moinsvielabend und Ofensvielabend, jawohl, ja. Und das immer, wenn das so fürchterlich heiß ist, mache die Siesta, das sind die Rollläden zu und dann haben die, haben die feuchte Tücher an die Fenster und so weiter und mache Siesta, so mache ich das danach, jawohl, und ihr müsst das da so machen. Und wer das nicht machen kann und muss schaffen, der muss langsam werfen, ja, damit der Kreislauf das aussieht. So, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und macht nicht zu viel und macht ein bisschen mehr Siesta. Bis dann, euer Merlin.